Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet. Ja, äh, mir ist ein kleiner Fehler letztes Mal passiert. Und zwar sollte ich jetzt 50 Seelen sammeln, denn ich soll mich weiterentwickeln. Warte, ich letzte Mal schon gemacht habe, bevor die Quest angefangen hat. Das heißt, ich habe jetzt schon meine Quest fertig, trotz wirklich erkannt. Das ist nicht gut. Und zwar hier bei Skills sollte man nämlich was lernen. Und das habe ich schon gemacht. Und das andere kostet Altkohle. Gut, das heißt, wir müssen irgendwie Pute zusammenkriegen. Das kriegen wir bloß, wenn wir diese Blobs killen. Oder diese Zombies. Sag mal. Ach nee, wir haben jetzt ein Kupperspfer. Sag mal. Ist das Schwert besser? Ich sag mal so, es stehen... Also, Schnittschaden 2. Sag mal so. Probieren, wa? Okay, nicht probieren, weil uns fehlt... Zing! Ich weiß das nicht. Das schwäß das einfach nicht. Das könnte sein, dass das Schwert besser ist. Und wir haben kein Ziegen. Das heißt, wir müssen uns auch noch Ziegen besorgen. Alter, erst Punkte, denn Ziegen... Äh, geht's nur ansammeln hier. Aber ich bin ja jetzt noch besser. Also, äh... Ich habe ja jetzt hier... Diesen Feuerball. Der hilft uns ein bisschen. Was soll der eigentlich? Wenn ich treffe. Was nicht der Fall ist. So, du Penner. Komm mal her. Ich mach dir jetzt Feuer und dann... Alter, der kotzt mich voll. So nicht, Freundchen. Aber, äh... Trotzdem braucht der noch ganz schön, äh... Ihr Riemen nicht. Was ist denn mit Dinos? Headbang oder wat? Gut, okay. Punkt ist ja schön und gut, aber... Ich war fast tot. Und wenn ich was weiß, tot ist nicht gut. Gut, äh... Wie geht da oben hin? Vielleicht ist ja da oben irgendwas Schönes. Toll, ich soll jetzt leveln und ich... Dann verschwende ich da die ganzen Punkte. Du kannst nichts... Schabenpunkte bekommen. Quests abgeschlossen. So. Gut, wo hab ich jetzt... Ich seh keine Skills. Achso. Sollte ich den auch erst mal ernehmen, wa? So. Was haben wir hier? So, Eisenbahn. Nicht Eisenbahn. Schuh-Schuh-mäßig, sondern Eisenbahn-Rennen. So. Gut, jetzt können wir irgendwie... Eine Werkbank bauen. Oder sowas in der Art, wo ich das einsetzen kann. Weil das muss ja irgendwie gehen. Und, äh... Ich kann mir vorstellen, äh... So, wenn sie, äh... Bei... Äh... Dingetzen, da braucht es so einen Tisch dafür. Ich mach mal hier die Tür zu. Ist nachtig. Ist ja nicht, was da so rumkreucht und fleucht. So. Also. Runen. Also, runen und da... Ja, ein Run-Amboss. Ist ja fast, ist ja wie ein Run-Tisch. Und den baue ich mir bestimmt am Amboss. Oder Werkbank. Irgendwo. So. Forge, Eisen, Amboss. Schwert, Dings. Ach, dafür brauchst du auch diese... Okay, gut. Also, erst... Ja, lass mich dort erst mal fertig machen, Junge. Zinkbarren. Ne, das war Eisenbahn, ne? Verdammt nochmal, ich hab doch grad... Achso, ich hab dich doch schon einigesammelt, Mensch. Da ist er doch. Gut, äh... Ah, das ist ja jetzt Kraut und Rüben. Sag mal, kann ich das hier so abbauen? Geht das? Natürlich geht das nicht. Och, Mann. Das ist der Fehler meiner Planung. So, warte mal, ich brauch hier... ein Fundament. So, sag mal, ich muss das hier ein bisschen, äh... Das reicht immer noch nicht. Ich bin immer noch zu klein. Ich hoffe, dass ich das abbauen kann. Ich kann die Kacke nicht abbauen. Das ist jetzt belastend. Ich konnte das doch abbauen. Ach, hab ich abgebaut. Gut. Ich muss das ein bisschen umdekorieren, der Tini. Dann kommst du, Willa, zu? Also, ein bisschen Ordnung muss ja sein. Warum kann ich denn jetzt... Gib mal, ich kann da nisch drin setzen. Ach, jetzt so. Gut. Den Anboss jetzt da ransetzen. Alter, der braucht aber ja einen schönen viel Abstand. Und warum... Da, gib mal. Ach, ich Idiot. Ich hab das umgestellt, ja. Gut. Okay. Mein Fehler. Mein Fehler. Jetzt hab ich 20... Ach, jetzt 20. Jetzt hab ich zwei so ein Teil, die ich baue... Äh, drei so ein Teil, die ich baue. Na ja, zu spät. So. Schwertrin. Und dann, äh, so eine Rune. Rinn. Und drücken. Jetzt hab ich diese Größe. Was ist das für die Größe? Rübensamen. Okay, oh. Es gibt auch Farming. Ach so, jetzt hat der, äh, Schnitt, äh, Schaden 1 plus Schnittschaden Bonus 1. Total Damage 3 bis 4. Critical. Okay. Also, das macht jetzt quasi mehr Schaden. War ja klar. So, warte mal. Ich muss den Tisch wieder einsetzen. Ah, das kotzt mich an. Ich hoffe, aber ich hab hier noch nichts gesehen. Es muss doch möglich sein, das wieder zurückzustellen. Ich, 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 ich will das nicht. Ich will nicht, dass man den Fusch sieht. So. Ach, das muss wirklich jeder mal so einen Block zwischenlassen. Ey, das ist wirklich wie 7 Days. So, jetzt muss das will er alles ab. Ich hoffe, dass das wirklich irgendwann mal eine Treppe hebt. Ich kann mich doch so keine Treppe bauen. Geht doch nicht. Ah, ich wusste, Landwirtschaft. Oh, ey, ich will jetzt 20.000 Quests machen. Ich will, äh, die Gegend erkundigen. Gut, okay. Wir machen jetzt bloß noch die, die Quest machen wir noch. Alter, wie viele Quests musst du denn machen? Oh ja, ich baue nur eine Hacke. Kann man das nicht abbrechen? Also, ich muss mir jetzt eine Werkzeug mäßig eine Hacke bauen. Hacke, jude. Hacke, kacke. Da. Holzspitzhacke. Das muss reichen. So. Sehr, den Samen. Gut, dazu brauche ich aber erst mal einen Boden. Also, ich würde mal sagen, ich mache das hier erst mal alles weg. Halte ich für eine gute Idee? Leitbaum, du musst weg. Tümbau! Leitbaum, du musst weg. Tümbau! Ich kann mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie weit ausgereift das Spiel ist, dass das Spiel da vorsichtig sein muss mit den Hühnern. Die klauen! So. Also. Achso, das ist jetzt schon. Ist ja einfach. Oh, jo, jo. Oh, ruhig weg. Ruhig weg. Aber du kannst nichts aus Versehen kaputt machen. Das ist schon mal gut. Sag ich jetzt erst mal so. Das muss reichen, oder? Das ist groß genug. Komm. So. Saatgut. Also, wir haben jetzt Mais und wir haben hier diese Rüben. Das ist ja ein schön Filler. Ich glaube nicht, dass das äh... Entschuldigung. Oh, guck mal da. Flup, flup. Jetzt ist die Frage. Wie lange dauert denn die Schoße? Schmeiß hier alles voll. Altvoller Samen. Entschuldigung. So. Gut, jetzt habe ich hier Weizen. Sieht aus warmes Weizen, ne? Ja, sag ich doch. Ich isch Weizen. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich will durch die Gegenpesen. Aber zum Glück habe ich hier eine Kiste. Sag mal, ich kann das doch nutzen für unseren Klimbim. Tatsache. Ich habe schon eine Kiste. Äh, ich finde gut, dass man hier schieben kann. Sag mal, wie groß ist mein Inventar? Okay. Gut, brauche ich nicht. Bomben. Das ist mir auch nicht verfallen. Okay. Sag mal, kann ich nicht hier irgendwie äh, wahrscheinlich werde ich das Spiel vorgreifen. Ist mir aber jetzt egal. Ich werde mir jetzt nicht mehr ein Spiel halten. Ich mache jetzt meine eigenen Regeln. So. Was ist davon? Ständig sagt er mir, was ich tun machen soll, lassen und so. Das ist jetzt ein Holzhaus. Ich hoffe, du brennst jetzt nicht. Oh, Alter. Schadenkrieg auch nicht. Gut. Ah, seht ihr? Deswegen. Deswegen habe ich das gemacht. Rüben. Ich gebe dir Rüben. Ich esse Fleisch. So. Also Essen habe ich sagen mal Bandagen oder sowas in der Art habe ich auch noch nicht gesehen. Äh, Crafting Oh. Kleines Irrlicht. Nee, brauche ich nicht fackeln. Grüne Fackeln. Oh, geil. Nicht schlecht. Ich werde nur ein paar Fackeln erstellen. 30 Stück. So, warte mal. Das werde ich da hinpacken. Und das darin Baumaterial etter. Warum haben die hier so ein Sortiersystem, wenn das nicht genutzt wird? Was ist denn das? Regeneriert Leben. Na, hallo. Da sehe ich mich doch. Ausdauer. Aber so weit von werde ich wahrscheinlich brauchen. Weil ich lobe nicht, dass ich hier fliegen kann. Nee. Wahrscheinlich noch nicht. So, jetzt wieder abwärts. Keine Lust wäre hier, ständig diese Quest zu machen. Schließlich will ich erkundigen. Abenteuer. Und so. Von nichts kommt nichts. Ich hoffe, dass hier unter auch irgendwas ist. Nicht, dass ich hier zwei Stunden lang buddeln und nichts passiert. Die Jute, sie kann mich dann auch wieder hocharbeiten. schön. Ich glaube, das jetzt auszuprobieren, ist zu spät, wa? Ich warte mal kurz. So, null. Gut, wo komme ich denn überhaupt, wenn ich jetzt will er ganz schnell raus muss, will er raus? Ach, hätte fußen. Gut. Warum das nicht funktionieren? Hat ja vorhin auch funktioniert. Da ist doch was. Ich habe Kuppe gefunden. Ich freue mich jetzt, weißt du, und dann ist das ja selten nicht. Ich habe das wahrscheinlich hier wie Sand. ob das hier auch so ist mit verschiedenen unterirdischen Biomen? Karte. Hier auch eine Karte. Okay, ich drücke gerade. Also, so was hat hier da. Okay, jetzt gibt eine Karte. Ich lasse sie auf. Die stört doch nicht, oder? oder? Ja, Ja, oder? Aber halt wird doch noch nisch angezeigt. Ach, mir fällt gerade ein. Ich sollte hier so nichts setzen. Da war ja ein Spawn. Naja. Sag mal, für bessere Werkzeug brauche ich da eine Werkbank? Nee, war die Forge, ne? Kann man eine Forge machen sein. Zum Mitnehmen. Das ist da so wie bei Minecraft, so, dass ich unterwegs Sachen herstellen kann. Es kann ja jetzt sein, dass wir Diamanten oder sonst wo was finden. Oh, da ist eine Schicht. Und dann bessere Werkzeug. Kohle. ich sehe die Kohle. Schöne, coole Kohle. Aber ich hoffe, dass das irgendwo mal schneller geht. das ist jetzt nicht, äh, dass ich sagen würde, hui, da geht's ab, die Lucy. sie. Ich sehe eine Höhle. Eine Höhle. Und ich habe sie gefunden. So, ich werde mal den Zauberstab nehmen. Na, wow. Äh, aber ich habe hier sehen, da, äh, da, es könnte da weiter gehen. Weiter runter. Ja, geht weiter runter. Ist das so gut, dass ich hier, na, okay, hier kann nichts passieren, aber dass ich einfach so schlicht runterbuddeln, äh, gerade runterbuddeln, falls da mal ein Loch sein sollte, so wie hier jetzt. Fallschaden und so. Sag mal so, probieren, wa? Ich habe was gefunden. so, warte mal, das macht mehr Schaden. Gib mal, da ist Natur. Was bist du? Er. Ich drücke er. Ich habe gerade, was habe ich denn jetzt, eine Sammelschubel? Irgendwas blau ist. Wird schon irgendwas gewesen sein. so, eine Fackel. Äh, ich kann keine Fackel setzen. Ach, das muss ein Hintergrund sein, dass ich hier, äh, Fackel setzen kann. Gut. 300! Ich habe gerade mal 100! So, was ist denn da unter? Da ist Batman. Das wird wahrscheinlich nicht gut enden. Und da ist irgendwas ist da. Ach, das ist Batman. Guck mal, nisch können sie. Komm her. Ich mach dich flockig, Junge. Ah, was ist denn das? Es ist ein Tisch. schwebt Achso. Äh, ich habe noch die Karte auf und dann macht er bloß Ransu. Ich wollte bloß, ähm, gehen da hier sehen. Ein Batman schwebt darum jetzt nicht mehr, denn er ist tot. Pflug. So, Wasser. Der Schwell am Pilz. Alter, ist der Dusch da. Okay. Äh, du solltest nicht einfach so im Loch springen, wo Wasser drin ist. Das ist nicht gut. Habe ich gerade mitgekriegt, aber kann ich hier, da, vielleicht, eventuell? Flup, 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 flup. Okay, ich kann jetzt hier. Ich will doch bloß hier eine Facke setzen. Das muss doch möglich sein. Nee, ist nicht. Das hier, haal, kipp mal hier unten jeder hoch weiter. Wenn ich da lang geh, tut jeder dem Tier lang. Das ist kein Problem. Da ist eine Flasche. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Habe ich überhaupt was gekriegt? Wahrscheinlich nicht. Das ist bloß eine Attrappe. Gib mal, Grenze. So schnell kann man es ändern. Also, so viele damit. Es gibt verschiedene Biome. So, was ist denn da hier? Da ist doch... Keine Ahnung, was ist denn da? Du siehst aus wie Eisen. Nimm ich mit. Ist ja umsonst. Der Dumme ist... Mir fällt gerade so ein... Wie ist denn das, wenn wir abspeichern müssen? Speichert der uns hier ab? Oder... Äh... Wie oder wat? Gib mal das nochmal, Batman. Okay, die Räume sind wohl... Äh... Gerade... Zufallsgeneriert. Weil sonst würde nämlich das Loch hier... ... überhaupt keinen Sinn ergeben. Okay, ihr habt hier verschiedene Basen. Und äh... Biome. Aber ich hab doch hier auch in Trailer irgendwas gesehen mit riesen Endbosse und so. Ach, und übrigens, äh... Hier kann man auch, äh... Wie in Ark... Monster sehen. Also... Bei Ark sind Dinos, hier sind Monster. Und kann die später zum Reiten und so benutzen. Oh, ja. Fällt mir nach der dritten Feuer auf... Äh, ein. Äh, da... Das ist völlig zu langsam. So, warte mal. Ich muss mal hier unten... Da ist nochmal so ein Licht. Komme ich da irgendwie ran? Lichter sind gut. Das hab ich grad mit rausgekriegt. Oh, 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 oh. Das ist ne Falle. Aber ich hab nen Zauberstab oder so was in der Art gekriegt. Ja, nee, ist klar. Die wollen uns alle kaputt machen. Aber gebt mal, ich hab jetzt... Ich hab Zwee gekriegt. Warum hab ich denn den Zwee gekriegt? Oh, oh, oh. Ich bin hier King. Aber du frisst ja einen schönen Energie. Energy. So, was bist du? Ah! Ah, jetzt sind wir hier, die Blitzemanne. Und Söhne. Ah, warte ab. Oh, oh. Tief, tief, tief. Das geht so tief, tief, tief. Ich sollte nicht... Ah, du Scheiße, wir sind fast tot. So. Oh, Lebensenergie. Was habe ich denn überhaupt schon eingesammelt? Ich weiß ja nicht, was ich hier habe. Also ich habe daub, ich habe schon Fuß. Ich habe jede Menge Pilze. Ich wollte mal gucken. Die müssen doch für irgendwas nicht gut sein. Gut, essen kann ich sie nicht. Wäre auch blöd, einfach mal so einen Pilz im Mund zu stecken. Dann habe ich hier eine Rune. Ich habe noch eine Rune. Warum? Für was ist dieses Sortiersystem? Wenn nicht funktioniert. Ja, das ist für ein Arsch. Das ist für ein Puppe. Ich habe jetzt eine Schwartik hier. Doch, ich könnte hier das Fliege. Aber warte. Ah, okay. Ich bin ja schon voll. Ich ging aber schnell. Der Geile ist, äh... Hat sich eh nach den Weg nach oben gemerkt? Ich kann nicht... So, hier kommen wir schon mal nicht. Da ist nämlich Wasser. Wir werden nie wieder nach oben kommen. Ich weiß nämlich ja nicht mehr, wo. Obwohl, wir haben ja hier... Juck, der bringt uns auch nicht gerade weiter. Da ist Sink. Habe ich gerade so gesehen. Das ist Eisen. Und Kuppa. Was mir hier fehlen tut, ist ein Teleporter oder sonst irgendwas. Wenn du so weit unten bist oder so, geht das mal nach oben. Das ist doch kacke. Das wäre cool. So, Kuppa. Die Frage ist, äh... Wie viel ich brauche für eine neue Picke und ein neues Schwert und so. Und den ganzen Hightech-Scheiß. So, da habe ich dann jetzt, äh... Kuppa haben wir 33. Boah, ist ein Eisen da. Das sieht nicht aus wie Eisen. Das sieht aus wie eine Melone, die schimmelig ist. Aber ey, okay. Was ist denn das? Das ist ein Eisen da. Stamina. Level 1. Das ist mir ja nicht aufgefallen. So, was haben wir hier? Peter, sie... Alter, was ist hier alles drückt? Ich glaube, das ist noch nicht mal der Eisbergspitze und so. Ich habe die nächste Höhle gefunden. Und da unten leuchtet irgendetwas. Da ist eine Kiste. Die holen ich mir. Es sei denn, das will er mit hier 150 oder 350 Billionen Punkte. Da. Ich habe das gesehen. Habt ihr das auch gesehen? So, erst mal hier. 300. Gut, okay. Was ist denn das hier? Ich habe ein Schloss hier gefunden. Unterirdisch. Bubble, bubble. Stopp. Könnt ihr euch erinnern, dass ich hier mal satt habe, Boss und so? Jetzt sieht ein Boss aus. Was ist denn das hier oben? Jetzt sieht aus wie ein... Da. Da ist Falle. Warte mal kurz. Wir müssen da hoch. Ich muss da hoch. Batman! Hau ab! Da ist ein Leben. Äh. Gut. So, ich habe jetzt ein Leben. Jetzt haben wir... Wie? Äh. Leben? Oh. Also, ich kann mir auswählen. Stamina oder Leben. Ich werde mir für das Leben entscheiden. Ich wüsste auch nicht, was mir da drin erwartet. Ich bin noch... Wahrscheinlich gleich tot. Gut. Naja. Warte mal kurz dringucken. Aber erst in der nächsten Folge. Hm. Wir sind nämlich schon bei 30 Minuten. Ich habe nämlich schon, Willa, nicht auf die hohe Zeit geachtet. Naja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem teuer Spaß gehabt. Und, äh. Wir sehen uns einmal quasi morgen, Willa. Wahrscheinlich beim Boss. Äh. Das sieht nämlich ziemlich bossy aus, wenn ich mir das hier anklicke. Äh. Naja. Judi. Bis dann. Tschüss. Tschüss.